Hallo Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten WLAN-Repetatists kennenlernen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibungsbox unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als Erste über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 3 haben wir den TP-Link E550 WLAN-Verstärker-Repeter. Der TP-Link E550 WLAN-Verstärker-Repeter AC1900 ist ein leistungsstarker Dual-Band-Repeter, der entwickelt wurde, um die Reichweite und Stabilität eures drahtlosen Netzwerks zu verbessern. Mit beeindruckenden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit pro Sekunde im 5GHz-Band und 600 Ombit pro Sekunde im 2,4GHz-Band können die HD-Streaming, Online-Gaming und andere Bandbreiten intensive Aufgaben ohne Unterbrechungen genießen. Dieser Repeater unterstützt sowohl den AC-Standard als auch den älteren N-Standard, was bedeutet, dass er mit allen WLAN-Routern kompatibel ist. Egal, welchen Router ihr verwendet, der TP-Link E550 optimiert euer Netzwerk, um eine zuverlässige und schnelle drahtlose Verbindung in eurem gesamten Zuhause sicherzustellen. Dank seiner Dual-Band-Technologie könnt ihr Geräte sowohl im 2,4GHz- als auch im 5GHz-Frequenzbereich verbinden, je nachdem, welches Band für das jeweilige Gerät am besten geeignet ist. Dies sorgt für eine bessere Leistung und minimiert Interferenzen für eine stabilere Verbindung. Die Einrichtung des TP-Link E550 ist einfach und bequem. Mit der intuitiven App-Steuerung könnt ihr den Repeater bequem über euer Smartphone oder Tablet konfigurieren. Die App führt euch durch den Installationsprozess und ermöglicht es euch, die Einstellungen anzupassen, um die beste Leistung zu erzielen. Auf Platz 2 haben wir den TP-Link der LWA 850 RE WLAN Verstärker Repeater. Der TP-Link der LWA 850 RE WLAN Verstärker Repeater ist die perfekte Lösung, um die Reichweite eures drahtlosen Netzwerks zu erweitern und schwach abgedeckte Bereiche in eurem Zuhause in WLAN-fähige Oasen zu verwandeln. Mit einer beeindruckenden Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Umbit pro Sekunde bietet dieser Repeater schnelle und zuverlässige Internetverbindungen für eure Geräte. Dieser kompakte und benutzerfreundliche Repeater ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die euer WLAN-Erlebnis verbessern. Mit der praktischen App-Steuerung könnt ihr den Repeater einfach über euer Smartphone oder Tablet einrichten und verwalten. Die App führt euch durch den Installationsprozess und ermöglicht es euch, Einstellungen vorzunehmen und die Signalstärke zu optimieren, um die beste Leistung zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt der TP-Link der LWA 850 RE über einen Ethernet-Port, der es euch ermöglicht, kabelgebundene Geräte wie Smart-Defos oder Spiele-Konsolen direkt anzuschließen. Dadurch könnt ihr eine stabile Internetverbindung für eure kabelgebundenen Geräte herstellen, selbst wenn sie sich weit entfernt vom Hauptrouter befinden. Die WPS-Funktion, Wi-Fi Protected Setup, macht die Einrichtung noch einfacher. Durch drückende WPS-Taste am Repeater und am Router wird eine sichere Verbindung hergestellt, ohne dass ihr komplizierte Passwörter angeben müsst. Der Repeater unterstützt auch den AP-Modus, der es euch ermöglicht, ein neues WLAN-Netzwerk zu erstellen, wenn kein vorhandenes WLAN-Signal verfügbar ist. Auf Platz 1 haben wir den WLAN-Verstärker mit 1200 Megabit pro Sekunde. Der WLAN-Verstärker GP256 bietet eine erstklassige Lösung zur Verbesserung eures drahtlosen Netzwerks und zur Erweiterung der Reichweite in eurem Zuhause oder Büro. Mit beeindruckenden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Megabit pro Sekunde und Dualband-Technologie, 5 GHz und 2,4 GHz, könnt ihr reibungsloses Streaming, schnelle Downloads und verzögerungsfreie Online-Spiele genießen. Dieser WLAN-Repeter ist mit viel leistungsstarken Antennen ausgestattet, die eine breite Abdeckung und eine starke Signalstärke gewährleisten. Egal, ob sich euer Router in einem anderen Raum befindet oder ob ihr in einem Bereich mit schwachem WLAN-Empfang seid, der GP256 sorgt für eine zuverlässige und stabile Verbindung in jedem Winkel eures Zuhauses. Die Einrichtung ist dank der WPS-Funktion, Wi-Fi Protected Setup, besonders einfach. Durch drückende WPS-Taste am Repeater und am Router wird eine sichere Verbindung hergestellt, ohne dass ihr komplizierte Passwörter angeben müsst. Alternativ könnt ihr den Repeater über den WLAN-Port auch per Ethernet-Kabel mit eurem Router verbinden, um eine zuverlässige kabelgebundene Verbindung herzustellen. Der GP256 ist mit allen WLAN-Geräten kompatibel, einschließlich Smartphones, Tablets, Laptops, Smart-TVs und Spiele-Konsolen. Unabhängig von eurem Gerätetyp bietet dieser WLAN-Booster eine optimale Leistung und eine erweiterte Reichweite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017